ja auch die aufnahmen aus gut so erfolgreich mit so erfolgreich beendet ja aber ich muss sagen also geht man schon wesentlich besser also das scheint wirklich zu wirken dass man nichts ist um was ich richtig geil findet dass es mir nicht schwindelig ist weil band war es mir sonst mal schwindelig weiß ja und alles wunderschön ich verstehe bis heute noch nicht warum es ist manchmal wahrscheinlich irgendwie so ein tag keine ahnung weil ich hab's ja aber nicht mal warum es ausgerechnet behandelt ist ja vor allen dingen es ist das mein meistgespielte spiel eigentlich was ich so gespielt aber es ist ja ich spielte jetzt über zwei jahre und jetzt erst in letzter zeit ja vor zwei jahren war es noch zwei jahre jünger auf jeden fall gut aussehend und ich kann mich echt nicht beklagen also die knorren sind noch so halbwegs fit und da wo sie hingehören ja auch alles da das ist hier ist ein trade nice leicht fuhr oh nice trade nice trade den habe ich generell sehr gerne ja und für geschenkt noch mehr ich hätte alles sehr gerne achso da fällt mir ein meine kifft spritzer dass ich mir mal rein kurbeln so und die hunde was hat der für uns dann gemacht naja da ist ja an zeitlobe durch die luft geflogen wenn der von mir ein messer in den kopf kriegt dann schläft er sehr dramatisch das muss er denn mal reinziehen oh gott hier sind ja schon wieder vier stück dann solltest du die blutung stoppen das hat agente an mit einer kleinen zeitverzögerung ich werde beschossen von wo und das ist scheiße ich schätze mal von dem weißen haust von woanders kann der mich nicht gesehen haben das ist ein versorgungswagen wenn du was brauchst oh hat er meine reingedrückt mal oben durchs fenster ich mache dir die tür auf danke sehr gut ich mache mal den Haif hier weg sorry aber die wären zart auf den sack gegangen glaube ich ja sorry ja kein problem ich bezweifle dass sie sich jetzt großartig zeigen werden erst mal gucken ob die sich nicht dass sie sich irgendwo hin verpissen doch die gehen nach süden die gehen nach süden hast du gehört ja die sind schon da vorne da hinter der weißen hütte waren die eben oh da wartet noch ein team sehr gut da vorne war einer oh der hat nen hit aber fällt nicht um wo da rennt geradezu jetzt habe ich sehr sehr nice dann ist weiter da hinten da hinten war noch welche ich würde gerade sagen hier ist das andere team ich will nur aufpassen dass er ihn dort aufstellen kann okay einer ist ziemlich nah bei mir oh da läuft zur weißen hütte nein nein lad nach happen ey die snipers ja wirklich nice oh du hast zu kämpfen aber die hat noch eine schrotflinte die macht mir keinen schaden wo ist die wo ist die ich kann gerade nicht pingen oh ich sehe sie sehr schön miss vorbeigeschossen ich will was schmeißen hat sie schon hat die haben hat einen hit Okay. Oha. Wo ist er? Hinter dir her? Am oder im Haus hier. Hat ein Hit. Ich muss mich heilen. Ja. Die ist irgendwo da oben drin. Hat mir ein Ding in die Fresse geschmissen. Hat sie dich getroffen, ja? Ja. Ich will die halt nicht zu nah an mich rankommen lassen. Hm? Ich wirft ne Fla... Ne. Ne Sticky oder was oder? Ne ne ne. Ach ne Stachelbombe. Ne ne. Wie heißt es denn? Keine Ahnung. Mir fällt es nicht mehr ein. Choke Bomb. Entschuldigung. Ach ja mein ich doch. Choke Bomb. Die haben das Bounty geklaut und haben sich verpisst. Die ist weg. Die ist weg. Die ist weg. Nicht weiter. Kann nicht mal. Schön vergessen. Ich hau mal ne Splitterbombe rein. Bei mir. Nächste Hit tötet mich. Ich brauch dringend Heilung. Hast du irgendwo was gesehen? Ich hab nichts mehr. Ach doch ich hab doch noch was. Hier vorne steht auch was. Hier. Das ist zu offen. Ja das seh ich aber das ist zu offen. Alles gut. Ich frage jetzt nur ist die oben oder unten? Ist die überhaupt noch drin? Ja. Oh ja. Was hat die für ein Problem mit mir? Ist die unten? Ich weiß es nicht. Ich kassier immer von irgendwo ein Treffer und weiß nicht von wo. Die sollte sich mal oben blicken lassen aber. Kriegt sie ihren Headshot. Den Headshot ihres Lebens verpasst. Oh ich hab sie getroffen aber. Scheiße. Ist die links oder rechts? Die ist wieder ohne die Rand. Gibt es mehr Deckung? Ja. Hat einen Treffer. Ich push die jetzt. Ist die unten? Die war eben hier unten irgendwo aber schon. Da hinten. Da hinten. Da hinten. Alter wie kann ich die nicht getroffen haben. Die ist hier reingegangen. Pass auf. Die hat eine Schrotflinte. Könntest du sagen. Unten langweinig ne? Mhm. Okay die läuft aber weiter weg. Das dachte ich mir fast. Sie kommt rein. Wo? Oh scheiße. Sie kommt hier oben rein. Sie ist da vorne zur Tür reingegangen. Die hat aufgemacht und haut wieder ab. Die ist hinten wieder raus. Oh. Das bringt ein Fass. Oh das war ich. Sorry. Ich hab gedacht ich kann die damit rauslocken. Die wird ihren Mate wieder aufstellen wollen. Nehm ich mal an. Du hast nur den Mate geholt. Okay die geht nach da hinten. Bei mir. Hit. Down. Da ist noch einer. Ja. Moment. Nachladen. Hab verzogen. Down. Sehr sehr geil. Ich heb auf und guck mich um. Okay. Keiner da aktuell. Oh. Ähm. Ah das war der. Willst du das aben. Oder wäre es okay wenn ich mich mal bediene. Äh. Ich nehm die Aberkarte. Oder willst du die. Ich nehm das was übrig bleibt. Nimm einfach. Ich nehm die Aberkarte. Du kannst die Mose nehmen. Alles klar. Massen. Immer gern mit ihnen Geschäfte zu machen. Immer schön meine ich. Ich brauche aber dringend Munition. Das Ding ist nämlich leer. Jetzt habe ich aus Versehen eine Sekunde benutzt. Nein habe ich nicht. Ich habe zwar drauf gedrückt. Ich kauere Munition. Oh hier. Google. Google. Oh. Nice. Hier ist Munition. Ah da ja. Heilung wollte ich mir noch holen. Na die standen draußen ja. Hast du dir das andere Bounty schon genommen? Ah ne das andere Bounty ist ja abgehauen. Die sind abgehauen. Ah ok. Kacken 3 ist einfach gelootet und verpisst. Hier ist noch ein Geldsack. Na dann machen wir es aus dem Staub. Ja. Ist ja nichts mehr. Ich glaube ich habe drei. Jetzt überleg gerade wo haben wir noch welche gehabt. Zwei habe ich gesniped. Ja. Und den dritten habe ich jetzt hinter dem Halsstapel erschossen. Das war ja dieser komische. Stimmt. Stimmt. Ja. Ist geil. Man war es nicht der Mann aus dem Berg oder? Da ist aber eine braune Lederjacker. Ja ich glaube auch. Hm. Das waren tatsächlich vier. Ja. Das habe ich schon.